Der Wandel kann sich in vielem zeigen. Auf den Wandel kann man warten oder man kann ihn aktiv herbeiführen. Der Übergang vom einen zum anderen Zustand, fühlt man ihn denn aktiv vorbei, braucht einen Impuls, eine klare Entscheidung. Steht diese einmal, gibt es kein Zurück. Am Anfang wird mir etwas fehlen, doch es ist ein befreiendes Gefühl. Jeder Transformation folgt ein neuer Status quo. Damit ist die Basis für neuen Wandel geschaffen. Nichts im Leben ist so stetig wie der Wandel. Der Mögliche für Neuse skill-in-A-T ging. Bei Vielen Dank.